Was ist das, worauf viele gewartet haben, ist nun Gewissheit. In Nordrhein-Westfalen bleiben ab Montag die Schulen und Kitas geschlossen. Für diejenigen, die in ganz notwendigen Bereichen tätig sind, so hat der Ministerpräsident erklärt, also Polizisten, Krankenhauspersonal und ähnliche Personen, soll für ein Betreuungsangebot gesorgt werden. Hier werden in der nächsten Zeit die Dinge durchgesprochen und Maßnahmen vorbereitet. Die wichtige Botschaft ist, möglichst die Sozialkontakte reduzieren, wo es geht. Der Ministerpräsident hat erklärt, dass alle zuständigen Ministerien, das Gesundheitsministerium, das Schulministerium, etwa die nötigen Erlasse vorbereiten. Sie brauchen genug Zeit, um die Dinge auch zu durchdenken. Auch wir, der Kreis, aber vor allem auch die Städte und Gemeinden brauchen etwas Zeit, um auch gegebenenfalls Maßnahmen mit durchplanen zu können. Mein Appell an alle, bitte bewahren Sie weiterhin die Ruhe, bleiben Sie besonnen. Bisher, finde ich, gelingt das hervorragend im Westmünsterland. Bitte versuchen Sie auch, die Sozialkontakte möglichst zu reduzieren. Es geht darum, dass wir unser Gesundheitssystem schützen, dass wir möglichst die Zahl der Coronavirus-Ausbrüche reduzieren, um mehr Zeit zu gewinnen. Vielen Dank.